Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir öffnen heute das Adventskalendertürchen und wir haben ja den Nikolaustag. Mal sehen was jetzt hier so kommt. Und wie ihr schon seht, es ist der Nikolaus im ersten Penny Adventskalender. Im zweiten, was kommt da? Ein Adventskalender mit Kerzen. In dem Adventskalender, den es sowohl im Penny als auch im Aldi gab, aber ich ein Jahr aus dem Penny habe, kommt jetzt was. Auch wenn man es nicht richtig sieht, es ist eine Glocke. Der Kaufland Adventskalender. Und nun? Man kann es nicht so gut erkennen, es ist aber auch der Nikolaus. Der Häusler Adventskalender. Moment. Es ist auch der Nikolaus. So, der Adventskalender. Aldi, die ich da tatsächlich geholt habe, hat jetzt was? Natürlich die Glocke. Damit sage ich mal, bitte like das Video und lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann morgen.